Musik Ich bin Claudia Hinterleitner und im Bereich Vertriebsmanagement angesiedelt. Meine Aufgaben sind Marketing und interne und externe Kommunikation. Und ich bin die Ombudsfrau in der Steiermark und das seit über 31 Jahren. Wir haben 2019 unser Vertriebsmodell in der ganzen Steiermark umgestellt. Das bedeutete einfach, dass jeder Berater ganz spezialisiert ist auf seine bestimmten Themen. Und das war natürlich eine große Herausforderung. Jede Veränderung bedeutet Angst, bedeutet sich anders auszurichten, sich neu zu organisieren. Wir haben diesen ganzen Veränderungsprozess begleitet. Und in dieser Phase war es ganz wichtig, reden, reden, reden. Ich bin froh, dass ich mich nicht verdrehen musste. Weil für mich persönlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, Klarheit zu haben. Und dann funktioniert auch eine gute Kommunikation. Ganz wichtig bei allem, was wir tun, ist, es darf der Spaß nicht fehlen. Dazu gibt es ja auch eine eigene Unternehmenskultur in unserem Haus, die untertan lebt, wenn man es ja wirklich lebt. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Und ich versuche es alle Tage. Ich glaube auch, dass es gelingt. . Ich glaube auch.